E.E.E.E.E.E.E.E. Hallo STEINLORD! Hallo ULNX auf. Halloi. Wasse, hallo Weinfest. Hallo, hallo, hallo. Digger das wird wild heute, das wird richtig krank. Es wird wild. Ach man aber auch richtig, ich glaub, ich kenn's immer. Oh Jonas, was geht, was geht. Ist das jetzt den Brief verzerrt? Nein. Ich bin auch drauf. Wir sind alle drauf. Oh, ja stimmt. Wow, wir sind alle drauf! Wir sind alle im O-Alex. Ich bleib heute nüchtern! Hallo, Manu! Manu, Manu! Hallo, Manu! Alles gut bei dir? Ja, Mann! Ok, Mann. Wer hat das schief bitte. Eeeeeee, baby. Lass Alex bitte durch den dreden mit dem anderen Mikrofon, natürlich, nicht mit dem gleichem. Oh, Mann. Johannes, was geht bei dir? Ja, gut, ich krieg keine Antwort, das hab ich mir schon gedacht. Ja, das kann ich sagen, äh ja, also heute drehen wir offensichtlich hier auf. Sing mal kurz irgendwie so, Reckless, Reckless, meinst du jetzt schief oder gerade? Ja, ein bisschen schief. Okay, Reckless, 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 Reckless. Es kommt nie bei mir. Ich weiß nicht mal, was der Plan ist, erklär mal. Hinten unterschreiben und vorne mach ich so mit Dose einfach so Annex oder 1.4 drauf. Ja, das schreib ich denn. Aber ihr werft die mir, oder? Ja, ja. Und schießt unbedingt, ja nächstes Mal für November braucht ihr so eine T-Shirt-Kanone. Das ist halt so funny. Was soll ich schreiben, Thomas? Hinten, 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 ich wollte eigentlich Tintin. Ich mach auch einen Releu. Schreibschrift. Was soll ich schreiben, welchen Namen wollt ihr schreiben? Ich hab so viele Namen. Soll ich Thomas schreiben, Jens, Jonas, Joni? Was soll ich schreiben für Namen? Thomas, beeil dich! Mach, 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 mach! Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So eine Schwiegersohn oder so? Ich kann ja nicht alle Schwiegersohnen. Ich hab so einen. Ich kann ja verschiedene T-Shirts, verschiedene Unterschriften. Ich hab zwei Probe-Schnitznahmen, du hast null. Hä? Seid ihr dumm? Was denn? Auf so einem, hä? Das T-Shirt ist riesengroß, ihr macht alle da. Ja, hab ich auch grad gedacht. Digga, was macht ihr denn? Ich soll eine Schwiegersohn, ne? Ist klar. Ja. Das ist aber nicht fest, Digga. Ja, aber für 20 Euro bist du da, ey. Echt? Ja, komm. Du bist ja. Soll ich groß schreiben? Ja, klar. Digga. Ja. Ah! Es ist so ein Kampf. Geil, Digga. Erste Schirr. Erste Schirr. Wie groß wäre man da unten, Digga. Oh, das sieht geil aus. Ey, das ist voll geil, wie er das macht. Du machst das geil, wie Arne. Und tritt grad Aschau? Hast du noch? Der ist auch hier heute? Der ist unser Vorhergister. Erste Schirr. Der ist unser Vorhergister. Erste Schirr. Erste Schirr. Erste Schirr. Ich bin am Akern. Ich bin ganz gern. Und dann wollte ich jeder Schlappmann. Ich träume so weit weg, doch ich hab das. Jeden Tag hab ich von Oral-Gee an die Nachbarn. Ich baue ein Gin mit uns, zwei Beats, dann ein Zimmer und sechs Uhr. Ich hab von Heideggarten sagen keine Memories. Es endest in meinem Blut und ich ohne Schmerzen. Meines kann ich doch vergess ich sie. Ihr habt am Anfang nicht geglaubt. Ihr habt auch einfach nicht geglaubt. Ihr habt am Anfang nicht geglaubt. Auch manchmal sind die Hacker nicht mehr laut. Ich glaub ich werde niemals alt, als wäre ich in Neverland. Ich meine keine Tränen, nein, ich meine weißen Lauf. Wie wir unerreichbar, doch wir sind im gleichen Raum, ja. Früher Felix, früher kaum was. Wenn ich will, dann schreib ich 100 drauf. Sonst will ich damit du mich nicht verhörst. Und wenn ich will, dann schreib ich 100 drauf. 1, 2, 1, 2, 3, ja. Gib mir mehr von deiner Glock. Ohne dich bin ich zu lost. Du gehst mir aus dem... Auge! Du kamen! Du kamen! Du kamen! Okay, 1, 2, 1, 2, 1, ja. Und ich steh auf und lasse raus. Ich weine keine Tränen, nein, ich meine weißen Lauf. Die wir unerreichbar, doch wir sind im gleichen Raum, ja. Wenn du ein früher Felix wieder im Kaupen warst. Pass auf! Das war's noch nicht, ich hör gleich wieder, und der Bühne wird wohl nix sein. Aber jetzt kommt einer meiner besten Ommies, hat gestern einen Song gejuckt, okay? Mann, ja, ist dieser Song, der ist wirklich seuflich, okay? Ich wende, dass ihr einen Lied mehr macht, okay? Einen fette, fette, fette Lärm für Rosso Lee! Mein erster und letzter Träken heute! Aber, 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 aber! Erstmal eine kleine Zwischenfrage. Hat Lemon abgerissen? Riesenprops auf Lemon! Riesenprops auf Lemon! Dass ich einmal hier auftreten durfte für euch. Und alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich normalerweise mit ein paar Jungs auftrete. Wer von euch kennt UNX? Geil, 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 geil! So, ich hab noch ein kleines Problem. Meine Jungs sind hier irgendwo so ein bisschen verteilt unter den vielen Leuten. Wir rufen die mal her, okay? Wir stimmen alle gemeinsam mit mir 1-4-4 an, okay? 1-4-4! 1-4-4! 1-4-4! 1-4-4! 1-4-4! Alles klar! 1-4-4! 1-4-4! Geil! Das freut mich! Und ich's davon geeignet. Schau's ganz in die Deck, auch nicht mit die Decke. Ich bin mit meinem Brat und deshalb bin ich Reckless. Braum nicht zu vermuten, weil ich weiß, dass das die Facts sind. Dann der Schöne zu! Lebe ich in den Augen alles, was ich brauche, alles, was ich will. Alles wegen Filmen, ja, auch gut und wenn die Pillen, ja, ich bin nicht okay. Weil manchmal sagen, das Leben fehlt nicht. Ich hab noch alles wahren, wenn ich dann nicht glücklich. Insohoho, sei hier! Also ich's ganz nach oben, ja, ich glaub, es wird Zeit. 10K! Ich seh 10K! Mit der Rucke, die ich nur mit meinem Nisch mach. Nur in Exelmann, da kommt die neue Beta. Weil's sind wir oben, ja, ich komm zum Allerbeta. Sonst wird immer Lehrer! Und zwar, die erste Person mit einem Song, der von kurzem erst gedroppt ist. unser letzter aktuellen Song. Deswegen, hier, einmal vor euch, live in den Zoo, der Schwiegersohn mit DJ Deutschland, mit uns Herr, der Liebe! Wenn du dich rufst, dann bin ich da. Für dich! Für dich! Für dich! Für dich! Wie ich zum Motorrad zum Markt! Für dich! Für dich! Absolut! Schwer dich! Durch die Ozean der Liebe! Nein, ich lass dich niemals los! Mein Schuss sagt, oh, ich wär' nicht. Ich bin voll und ist doch ein ganz so langsamer. Und eins, zwei, drei! Ich bin der Weißer auf der Party, ja, ich freu' dich, wenn wir da sind. 150 kmh, ich spür' den Pfad, denn meine Träume, die erste Mische, denn die bin ich nicht empfassend. Die werden gar nicht, weil alle ist jetzt im Saal. Wir! 1, 4 und wir! 1, 4! 1, 4! 1, 4! 1, 4! 1, 4! 1, 4! 1, 4! 1, 4! Und der Reste kommt hier auf den Tra und announces zu wissen, Abdenk sei auch der am conceptual Teil Dieseseste zweite松. Nur spür' den Nachbar. Der Schuss ist doppelang. Gerade Romance ist durch DSO. ZBERishi! In deep version要 Target, die hat das 75 Geräferis get longue. Der Warum? De gaining自겠�in? In deinem Studio, in dein Zimmer, hier mit deinem Kissen Schau uns auf dein Partygessen, hake dich zum Mittellach Leit auf einer neuen Länge, in Zuhol, in Stadt, Wachler ZUGABEN 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 Wollt ihr eine Zugabe? ZUGABEN 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 Okay, 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 lass mich mal kurz überlegen, wie wär's mit UNTERN DER LIEBE nochmal 1, 2, 3, 4, wenn du mich rufst, dann bin ich da Für mich, für dich, für mich, für dich Dankeschön! Das war 30 grad, Dankeschön! Vielen Dank, ihr Zurufe! 1, 4, 4! 1, 4, 4! 1, 4, 5! 1, 4, 5!